So, und da sind wir wieder bei Cry of Fear. Bist du Bescheid? Äh, waaah, Grint! Dammit, was? Panzerwagen. Oh, hier kann man rein, ist ja sehr luxrigös. Die haben Ledersitz in dem Ding. Höhöhöh. Hallo. Das geht ja. Gegner töten. Hier ist nix mehr. Äh, hier auch nix. Oh. Ich weiß ja nicht, äh, ach da oben. So. Theoretisch. Ups. Wer ich vermasselt. Man hätte auch einfach die Treppe hochgehen können. Jep. Oh. Kommst du? Ja, ich musste mir mal die Todeskügelchen, nenne ich sie jetzt, einsammeln. Okay. Dann können wir doch mal bei... So, ich will hier hoch, Mann. Oh, ne Sniper. Die Pflanze. Ich will die nicht aufnehmen, scheiße. Ich will jetzt nicht sterben. Neh mal die Sniper mit. Soll ich den Helikopter mal abschließen? Äh, ich glaub das war ja nicht, oder? Ich will es nicht probieren. Ich will es nicht probieren. Ich weiß es nicht. Ich geh mal in Deckung. Äh, mach jetzt mal ein bisschen aus der Deckung raus. Kann ich nicht, aber ich kann den hochheben, sodass man anschieben kann. Wen denn? Den blauen Typen, den Elektro-Tüpen. Achso, äh, dann heb den mal an. Jetzt kann ich nicht mehr. Jetzt hab ich... ... den Körper überhaupt noch. Oh, fuck, Mann. Kann man hier rein? Da hinten ist er. Wo? Oh, da hinten war er. Kannst du ja rüber? Ich muss erst mal wieder healen. Hier hoch geht's. So, down. Äh, ich weiß es nicht. Ach, da oben. Ach, scheiße, Mann. Scheiße, Mann, scheiße, Mann. Alter, ich geh wohl drauf. Nee, nee, aber fast. Ist es da rot? Ja, ich auch. Was ist denn das für ein Typ, ey? Wo ist der jetzt? Fuck, mach ich nicht. Ich glaub, der ist tot. Nein, da oben ist er. Jetzt. Jetzt ist er down. Mann. Rage. Ich mach jetzt Rage. Aber nicht mit dem Raketenwerfer. Warum nicht? Ja, komm, weiter hier. Komm, da hoch, Mann. Ah, da kann man hier hoch. Cool. Äh, haben wir es so geschafft? Ja. Erreiche den Edi. Ich hoffe nur, dass du dich an deinen Flughausbilder meldetst. Ich hoffe nur, dass du dich an deinen Flughausbilder meldetst. Jetzt ist es auf einmal auf Deutsch, das Spiel. Stimmt. Ich habe nicht eine Sekunde an dir gezweifelt. Lol. Einfach mal instant auf Deutsch. Geil. Okay, können wir eine Pause machen? Äh, fünf Minuten. Deswegen sage ich ja die Dinge ins Wirt kurz. Ja, ist so gut, ist egal. Machen wir eine fünf Minuten Folge. Ist egal. Wir können noch ein bisschen labern. Äh, ja, das Spiel ist jetzt einfach mal instant auf Deutsch geswitcht. Die deutschen Synchronspräger haben sich ein bisschen verspätet an dem Tag. Das müssen wir verstehen. Standen im Stau oder so, wer weiß das. So war echt strange jetzt. Wir sind 37 Sekunden über die Zielzeit. Okay. Steht oben rechts. Nun gut. War es das für heute? Äh, also für mich war es das für heute zumindest. Ja. Ich weiß nicht, sind wir jetzt weitergekommen, als du schon im Singleplayer gezockt hattest? Äh, ja. Okay. Und, bist du jetzt befriedigt? Nein, nicht wirklich. Aber man kann halt nichts machen. Ja, wir werden alsbald dann weiterzucken. Ja. Und, mal gucken, wann dieses Let's Play rauskommt. Ich weiß es noch nicht. Ähm, müssen wir mal schauen. Ja. Gut, dann sehen wir uns im nächsten Part. Oder in den anderen Let's Plays. Äh, ich weiß ja nicht. Willst du noch das andere da aufnehmen? Du weißt schon was? Äh, ja. Ja. Können wir noch machen, ne? Wir machen, ja. Gut, dann sehen wir uns, wie gesagt, in der nächsten Folge. Bye, bye. Tschüss. 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 Vielen Dank.